Hey Leute, heute gehen wir zu einer coolen Zaukel in den Wald. Kommt mit, wenn ihr wollt. Genau, mit, hallo, mit coolem Ausblick, ne? Ja. Genau, Summer will euch das mal zeigen. Nehmen wir euch ein bisschen mit. Erstmal müssen wir durch den Wald. Und Opa und Opa sind auch dabei. Von hier guckst du, das ist nur noch da oben. Ja, ihr habt das ja vom Küchen schon gesehen. Habt ihr das Schaukel gesehen? Ja, ja. Das ist dann da oben auf der Ecke. Genau, Renneinhorn. Ja, das kannst du noch nicht, ne? Das ist noch ein kleines Einhorn. Dann können wir gleich ein Trashing ganz aufmachen. Wir müssen jetzt gleich für so ein Tor. Ein Tor? Tor. Tor? Ja, ein Tor. Wo der Stock steht. Jetzt müssen wir hier links rein. Hier sind überall so kleine Fliegen. Mir ist einer da im Auge geflogen. Hier drin. Ah. Hast du wieder draußen? Ja. Kommt mit, Leute. Ja, nö, wir müssen hervorgehen. Kommt mit, Leute. Ist jetzt nicht offen. Warum ist das offen? Damit alle reinkommen. Nachher ist es offen. Ich dachte, ich konnte es auch machen. Mama, wir waren hier schon mal. Oder? Ja, wir waren hier schon mal. Aber ihr noch nichts. Nee, heute, sagt die Summer, müssen wir euch mitnehmen. Genau. Aber damals war schöneres Wetter. Da war die Amy noch ein Baby. Da waren wir hier oben. Zeigen wir euch gleich mal die schöne Aussicht. Hier auf den Weinbergen ist es richtig schön. Sieht mal den ganzen Rhein. Oder ein Teil des Rheines. Den ganzen wäre ja ein bisschen komisch. Das ist ein Stückchen weiter. Schöne Rheintal. Wow, das ist geil. Hier sind wir eben lang. Ja, da unten, ne? Die Straße. Das ist geil. Das stimmt. Was siehst du da? Blumen. Blumen? Was hängt denn da dran? Was denn? Hängt da was dran? Wo denn? Da hängt ganz viele Trauben dran. Weinberge. Ich habe es gar nicht gedacht. Weinberg-Trauben. Oder Wein-Trauben. Also ich muss ja echt mal sagen, diese Ernte stelle ich mir echt schwierig vor. Weil alles so steil ist. Aber machen hier mit irgendwelchen Maschinen. Gerätschaften. Die fahren dann hier hoch oder so. Aber ist alles wirklich sehr, sehr steil. Man muss auf jeden Fall sehr schwindelfrei sein. Ja, das haben wir ja gedacht. Na, Summer. Summer. Wenn man die hier ernten muss, dann ist das ganz schön schwierig, oder? Weil das alles so steil ist. Also muss man sehr schwindelfrei sein. Ich weiß gar nicht, was für meine... Ja. Die machen das mit irgendwelchen Maschinen. Weiß ich aber nicht. Und dann, glaube ich, pflücken da einzelne Helfer, die, soweit ich das weiß. So. Und jetzt kann man einfach den kurzen Weg gehen. Der geht mal hier runter. Ich warte doch nicht. Und da geht es etwas steil, ne? So der steile Weg. Oder hier, der ist etwas länger, der Weg. Gehen wir den hier, ne? Den ganz steilen. Das ist mit dem Kinderwagen, also mit dem Buggy blöd. Hier geht es runter. Ja, hier sieht man schon mal was. Da ist die Schaukel. Das ist mir hier. Ein geheimen Weg, ne? Das ist ein Brennnessel. Ja, vorsichtig. Summer, wenn du dich umdrehst, musst du Brille anziehen. Du weißt, wo war das? Ist das schon, dass das ein richtiger Weg ist? Ne, das ist eine Fliege. Das ist keine Brennnessel. Geh hier an die Seite. Pass hier nur mit den Armen auf. Das ist ein Brennnessel. Das. Genau, super gemacht. Mit den Armen aufpassen, das tut nicht weh. Jetzt sind wir durch. Gleich. Das ist noch Brennnessel? Ne, das sind normale. Komm her, ich geb dir die Hand. Ich glaube, wir hätten doch noch weitergekommen. Ich glaube auch. Weil? Da geht der Weg auch noch lang. Oh. So, jetzt müssen wir nur da her. Also nur da. Da hat einer geschwindelt. Hey Leute, guckt mal, was da kommt. Eine Bank, die Schaukelz. Genau. Die große Bank. Geht die gleich. Ist auf jeden Fall mal cool. Kann da schöne Bilder machen. Und jetzt kam doch noch ein bisschen die Sonne raus. Dann werden die Bilder noch schöner. Und ja, die Aussicht ist der Hammer. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es echt cool nachts ist. Aber wenn man abends hier ist, wenn es dunkel ist. Oder Sonnenuntergang. Sonnenaufgang. Ja. Das ist auf jeden Fall bestimmt auch echt schön. Aber ich denke auch beim Tageslicht. Und heute ist nichts los. Also am Wochenende kann es passieren, dass man hier ein bisschen sich lange stellen muss. Weil da doch ein paar da sind. Aber jetzt ist hier gar nichts. Alles schön frei. Cool. Richtig cool. Ja, tolle Bank. Setz mal drauf. Oder leg dich drauf. Dann setz dich ruhig mal hin. Schöner Rheintal. Ey. Arda, ich komm. Hui. Kann jemand mich anschubsen? Oh. Hahaha. Was sieht der Kuh aus? Ich bin zu hoch. So. Hier ist. Wir müssen nicht schwindelfrei. Du bist nicht schwindelfrei. Ja. Jetzt ist der Elms. Die Mama wollte, dass du noch eine Jacke mitnimmst. Jetzt ist es warm, wenn die Sonne rauskommt. Uwe. Uwe. Gut, weil ich. Wart ihr auch hier schon mal? Ja, wartet schon mal an der Schaukel vielleicht. Wenn, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr schon mal da gewesen seid. Gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn uns das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das wäre schön. Und abonniert uns gerne kostenlos. Genau. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.